Meine Damen und Herren, kennen Sie diese Musik noch? Kennen Sie die noch? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von nichts geringerem als Mangos Iron Championship Series. Der größte und beste Competitive Series, die es auf ganz Twitch gibt tatsächlich. Hier werden nämlich nur die besten Teams zusammengeführt, um gegeneinander anzutreten. In einer wunderbaren, großen Arena. Schauen Sie sich sie an. Alle sind sie hier, die Teams sind bereit und ready, einfach auf der Bühne alles abzureißen. Ohne Probleme. Ja, guckt mal, wie allein das Pikachu sich da dreht, ja, aus Team 2. Absolut insane. Ich freue mich gewaltig, dass die alle heute zu diesem Event hergekommen sind, um uns zu begleiten. Auf einer Reise durch die Low-Elo. Denn bei Mangos Iron Championship Series geht es nicht darum, so gut wie möglich zu sein. Nein, nein. Nein, sondern es geht darum, dass die Spieler alle irgendwo rund aus Iron und Bronze Elo kommen, ja. Das heißt, heute werden wir vor allem eines hoffentlich sehen. Misplays, spannende Dinge, aber natürlich auch clean runtergespielte Spiele, alles nacheinander. Und ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, ja. Bisher waren diese Turniere immer so ausgerichtet, dass wir vier Teams aus der Community zusammengesucht haben. Aber heute würde ich sie alle gerne bitten, noch ein extra Team zu begrüßen. Denn den Teams aus der Community join heute fünf absolute Legenden. Schauen Sie sich das an. Wir haben zuerst Butto 1% Overseer Gaming All in 2 Win. Mit den Legenden. Aber, und hier zu meiner Link, seht ihr es schon. Our Streamers. Das fünfer Team. Kaddi, Paul, Lachsmann, Katazuri und Olli. Fünf absolute Legenden, ja. Die mir alle versichert haben, dass sie wirklich, wirklich scheiße sind. Und darauf habe ich mich verlassen. Damit wir heute besonders guten Content kriegen. Das ist der Plan. Ich habe mich heute natürlich in mein feinstes, wie du schon sagst, Janik BWL Justus Serious Outfit hier gesteckt. Ich bin sowas von nicht bereit. Das habe ich gehofft, Lachsmann. Das habe ich gehofft. Ich würde einmal ganz kurz rüber zu den Streamern gehen und sie einfach fragen, wie es ihnen hier geht. Ich komme zu euch, na. Ihr könnt was gewinnen. Ihr spielt um Gift-Subs tatsächlich. Wenn ihr es auf den vierten Platz schafft, um 25, auf dem dritten um 50, auf dem zweiten um 75 und auf dem ersten um 100. Was? Wir kriegen 100 Gift-Subs, wenn wir hier rasieren. Hier gibt es was? Ja, hier gibt es was zu holen tatsächlich. Und Leute, die viel härter grinden müssen die Tage vorher. Bei mir hat das Update gerade installiert zum ersten Mal seit immer. Ich bin vorbereitet. Ich finde unser Team so geil. Alle sind unranked. Auch der Lachsmann, der fünf Wins hat. Ihr habt mir ja tatsächlich gut versichert, dass ihr, ich sag mal, durch fehlende Erfahrung in die Iron- und Bronze-Kateo hier reinpasst. Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich mega, dass ihr überhaupt alle mitmacht. Die war so eine spontane Idee, Olli, weil du einfach was geschrieben hattest. Und jetzt seid ihr alle hier. Ja. Und wir dürfen sehen. Ich habe das gelesen und dachte mir so, Digga, wenn es Holz gäbe, würde ich Holz spielen. Ich will mein Können unterbeistellen. Ich habe mich herausgefordert gefühlt. In unserem Gegner-Team ein mit Level 537. Hast du die auch alle gut gecheckt? Die haben die gut gecheckt. Wenn die so ein hohes Level haben, haben die wirklich katastrophale Win-Rates. Wow. Oh, okay. Aber es liegt immer an den anderen. Aber der hat auch einen Clan-Tag vorne. Oh mein Gott. Kill, Alter. Kill, Death, Losers. All Streamers will die, heißt das Team oder so. Okay. Ich lasse euch mal vorbereiten, weil ihr seid gleich auch als erstes tatsächlich dran. Okay. Oh boy. Ja, okay. Noch irgendwelche Fragen? Irgendwas, was ihr noch sagen möchtet? Eure Mama grüßen vielleicht? Können wir noch 45 Minuten ein Trainingsspiel machen? Ich glaube, da bist du zu spät, Paul. Denn unser allererstes Game wird tatsächlich, wird Team Our Streamers gegen Team Overstay Gaming. Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr zu unserem immer noch, ne, Trashing, aber heilig geupgradeten Studio-Setup und sowas? Das ist beautiful, oder? Das ist hier so richtig 3D gemodelt, unser Studio. Und mit Bildschirmen und im Hintergrund läuft wichtiges Gameplay. Den Marmor finde ich krass. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Was soll ich sagen? Uns war hier nichts zu teuer, nichts zu viel. Leute, guckt euch mal den Unterschied an. Sie haben mich nicht angelogen. Sie haben mich nicht angelogen. Guckt euch das mal an hier. Wir haben erfahrene, aber schlechte Spiele auf einer Seite und unerfahrene und schlechte Spiele auf der anderen Seite. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie das hier durchziehen wollen. Das Streamer-Team wird auf jeden Fall, wird, wird spannend. 225, 537, 190, 120. Das sind wahre, wahre Low-Elo-Spieler hier. Also, um das nochmal klarzustellen, ne. Ihr seid nicht inherently scheiße, nur weil ihr in Bronze oder Iron spielt. Ihr seid nur auf Meme-Ebene scheiße, ja. Ich hab euch alle lieb. Die Level hab ich dank des Xbox Game Passes. Siehst du, ist alles fake. Ich wäre tatsächlich soweit, dass ich sagen könnte, wir können starten und in das erste Game, in das erste wundervolle Game unseres heutigen Turniers gehen. Das Streamer-Team wird einfach Comedic Relief. Ich, ich, ich setze drauf. Dann schauen wir doch mal, wer hier heute die Überhand haben wird. Wird es Team Overstay Gaming sein oder Team Our Streamers? Wunderschöner Tournament Draft, ach, ist das schön. Wir spielen ein Tournament Draft, das heißt, ne, drei Buns, drei Buns, zwei, drei Picks, drei Picks, zwei Buns, zwei Buns, zwei Picks, zwei Picks. Das Übliche, um hier so viel Try-Hard-Feeling wie möglich zu erwecken. Wieso sehe ich eigentlich Enemies? Und nicht, was, wer actually was pickt? Riot! Was ist das schon wieder hier? Das sind keine Enemies, das sind unsere Streamer. Master Yi Bun incoming, haben wir gesehen. Tatsächlich habe ich auch einen Spieler gesehen auf der Seite von Overstay Gaming, wo tatsächlich ja ein Master Yi Profilbild gewählt wurde. Vielleicht haben wir tatsächlich einen Master Yi Spieler anwesend. Wichtiger Bun, wichtiger Bun. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Bin gespannt, wo es weiter hingeht. Nuno Pick auf der Seite von den Streamern. Nuno natürlich, ne, low effort, high reward, so. Muss nicht viel können, du machst Schneeballrollen und so. Aber ist halt kein Carry. Ist eher so ein Supporter, nicht? Auf der Midlane Kaddi, wir haben auf ADC Position Paul von den Freuds, auf Support Katazuri, auf Jungle Oli von den Freuds, auf Toplane den Lachsmann. Und da wurde Aphelios gepickt. Das ist genau das, was ich sehen will. Aphelios pick, imagine, Aphelios picken. Das ist so ein kompliziertes Champion, aber, ne, trotzdem picken. Ari aber auch schwierig, Ari nicht leicht zu spielen. Jax Bun, Jax Bun halte ich immer für sehr sinnvoll. Auch wenn ich persönlich Jax hasse und Jax nicht spielen kann, ist er immer stark. Aphelios is easy, Aphelios, Aphelios, Aphelios einfacher Pick. First Match, wir sind im First Match tatsächlich, ja. Beziehungsweise im First Champ Select noch. Ein Malfight Pick. Malfight ist, glaube ich, ne supergeile Wahl. Erstens, ich wollte gerade sagen, die Gegner haben viel AD, aber die Gegner haben drei AP Champions gepickt so far. Aber, ist nicht schlimm. Oh, 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 oh. Warte mal, legt Team Overstay Gaming gerade ihren gesamten Damage auf zwei High-Skill-Champions? Ich bin so ab, ich bin so ab dafür. Aphelios und Akali. Ich meine, Amomo ist super Ergänzung. Malfight halte ich auch für ein super Pick. Malfight Impact ist immer groß. Leona ebenso. Die Ari ist halt ein bisschen mehr Skill-based. Also, ich muss sagen, Champ Select-wesig sehe ich hier den Vorteil bei den Streamern. Definitiv. Ganz, ganz deutlich. Gucken wir uns noch mal kurz die Crowd hier an. Was sagt ihr zu unseren wunderschönen Teams und den Leuten, die sie hier repräsentieren? Junge, ich sag's, wie es ist. Donkey Kong geht anders ab. Ich weiß nicht, wer Donkey Kong repräsentiert, aber Donkey Kong hat so viel Spaß auf dieser Bühne, Alter. Wir gehen ins Game und werden schauen. Guys, wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild und wir haben ein Game. Es geht los. Ich sortiere die hier mal kurz richtig, damit alle glücklich sind. Es ist Nautilus top. Es ist Nautilus top. Ich raste aus. Direkt ein Cleaner in Welt hier von Overstay Gaming. Man versucht sich hier... Olli! Olli hat gar nicht hingeguckt. Olli ist einfach legit blind und wird direkt abgeholt. Das ist organisiertes Gameplay von Overstay Gaming. Aber komplett. Invade stark natürlich, ne? Nautilus, Rel, Amomo. Das Ding ist, was machen sie mit diesem Kill? Auf Nautilus top. Jungle Div, jetzt schon. Einfach jetzt schon Jungle Div. Der ist Mitte. Oh, das ist Akali top. Ehrlich gesagt macht Nautilus Mitte das nicht so viel besser für mich, muss ich sagen. Ihr seht unsere Live-Player-Camps übrigens. Ja. Wir haben sie hier dabei. Unsere Spiele sind höchst konzentriert. Jungle Start hier vom Streamer-Team. Schön am Blue-Buff. Kein Problem. Top-Lane würden sich ein bisschen, ne? Kleiner Schlagabtausch hier links, rechts. Bisschen Messer da. Oh, Bot-Lane wird ein bisschen getraded. Bei Level 2. Jetzt versucht man hier direkt auf Katazuri zu gehen. Paul setzt seine Q meilenweit daneben, um auch wirklich Dominanz zu zeigen. Katar hat hier den richtigen Fokus. Katar geht auf den Aphelios. Paul steht hinten und auto-attackt den Supporter. An der Stelle call ich Adizid. Ein doch recht großer Gold-Vorteil auf der Bot-Lane, muss ich sagen. 1 zu 0 für Aphelios. Ja, Paul kann jetzt gerade, glaube ich, erstmal einfach nur fahren. Overstay Gaming geht gerade back. Sie haben es verlassen. Top-Lane geht ein bisschen was ab anscheinend. Die haben Deep-Vision. Die haben Deep-Vision an den fucking Crux. Geht's euch gut? Was ist das für ein Tryhard? Oh, aber hier geht jetzt was ab. Hier geht jetzt was ab. Hier geht jetzt mies was ab. Hier wird jetzt gleich sofort. Oh, da wird der Nunu engaged. Katar kommt direkt dazu. Damage-technisch ist hier definitiv das Streamer-Team da vorne dabei. Der wird ignited leider, aber kann Katar hier noch was abholen. Der tickt runter. 1-Kill für Ari ist wichtig. Gutes Ding. Immerhin zurückgetradet. Nehmen wir mit. Nautilus direkt gestorben. Rukazu, du saßt hier gerade im Chat. Die müssen den Naut einfach nur tilten an das Easy Win. Die haben dafür, glaube ich, einen guten Anfang hingelegt. Top-Lane ist entspannt. Hier scheint anscheinend bisher niemand so richtig zu reichen. Ich glaube, Akali braucht ein Level 6, um den zu fighten. Und solange hier der Lachs mal noch nicht auf mehr Mana sitzt, ist das, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Boah, aber sind sehr, sehr vorsichtig, ne? Super, super vorsichtig. Sehr zurückhaltend. Niemand scheint jetzt hier nach diesem schnellen Anfang irgendwie jetzt zu hart reinkommen. Ja, mit Neff hat P-Poken ist halt einfach, ne? Ist free, kann man machen. Ist halt irgendwann um, aber immerhin gehört die Lane so halb. Außer mit der Ausnahme, dass der Lachs mal 11 CS hat gegenüber Janubert's 31 CS. Aber ist nicht schlimm, sind nur 20 CS Unterschied. Oh, da geht was los. Akali geht rein. Hat keinen, auch hat Ignite zur Verfügung. Wird ihn hier benutzen. Das sieht schlecht aus. Da wird er drauf. Hast du gerade beend? Hast du gerade beend? Team Overstay Gaming ist disqualifiziert. Oh, Paul ist da perfekt in den CC reingeeht. Kata ist da immer noch ganz tief drin. Da kommt auch der Jungler dazu, leider noch. Aphelios trifft hier super viel. Kommt Kata da raus, ist die Tänke genug. Leider nicht, wird nochmal zurückgeschmissen. Geht sehr, sehr schnell down. Guter Engage hier von Nairolf an der Stelle. Die spielen aber halt auch miese Meta, ne? Rell ist halt einfach Meta. Das ist oppressive, das ist einfach stark. Was soll man dagegen machen, ne? 2-0 jetzt auf dem Amomo. Geht der Amomo tank? Der Amomo geht tank. Ich sehe immer noch ganz, ganz große Chancen hier auf einem Streamer-Team, die Carries rausnehmen zu können. Die Akali wird schwierig, die ist halt slippery. Aber Aphelios, wenn der Kilt riecht, ist relativ egal, glaube ich. Den können sie rausnehmen. Gerade mit einem Melfight ist das kein Problem. Erster Drache geht auch ans blaue Team jetzt an der Stelle. Erste Platings ebenfalls. Geht also langsam alles ein wenig bergab hier. Es ist sehr, sehr ruhig jetzt geworden. Wir sehen jetzt hier gerade ein bisschen was im River passieren. Da ist Nuno unterwegs. Aber hat, glaube ich, auch die Nautilus gespottet und zieht sich dementsprechend erstmal zurück. Damit ist halt Kati Sammage im Early schon mal wirklich, also, keine Ahnung. Das ist schwierig. Oh, da kommt ein Amomo-Gank. Sieht Kati das rechtzeitig? Nein! Aber er hat noch keine Ulti zur Verfügung. Das heißt, wahrscheinlich kann er da nichts großartig machen. Flash zur Sicherheit mal raus. Überlebt das auf jeden Fall erstmal. Carry Hoffnung auf Ari bleibt bestehen. Nautilus macht weiter, äh, Melfight macht weiter Melfight-Sachen. Steine rollen. Damage machen. Boah, Janubert will da oben aber, ne? Ich glaube, Janubert hat richtig Bock. Ja, genau. Q draufgeschmissen, einfach gelaufen. Das ist perfektes Gameplay. Oh, da kommt jetzt ein Level 6 Amomo auf die Lane. Diesmal der Charm aber gehittet. Wichtig an der Stelle, um den Gank hier direkt zu annullieren. Und Oli geht actually AP. Oli geht AP Nuno. Feier ich. Das ist so gut. Das ist so geil. Imagine eine gute AP Nuno ultimulate. Botlane, Botlane, Botlane. Was passiert da? Da geht was rein. Da kommt was rein. Das ist auch, geht es? Da kommt auch die A-Nuno direkt hinter. Der geht low, der Aphelios. Aber geht er low genug erstmal nicht? Und jetzt kommt dann der Momo dazu. Ulti zwei Leute. Aphelios macht massenhaft Damage. Und was erst nach einem guten Gang für die Streamer aus sein, wickelt sich zur absoluten Katastrophe. Das ging so schnell bergab. 200 Gold Shutdown jetzt schon. Und noch mehr Hoffnung liegt dadurch jetzt auf der Ari. Oh. Aber hier scheint ein guter Teamkomst unterwegs zu sein. Dass die Relle da rotieren kommt, war irgendwie vorausgesehen. Mitteln Gameplay gefällt mir hier bisher sehr gut. Oh mein Gott. Okay. Oli hat diesen Botlane-Gang gesehen und dachte sich, weißt du was? Vielleicht ist Tank Nuno doch die bessere Wahl. Und geht auf Barbie, Cinder und Chain West. AP-Altem Verkauf, Tank reingeschoppt. Wird fürs Team wahrscheinlich die bessere Wahl sein. Aber die Entscheidung hätte vielleicht ein bisschen früher kommen müssen, vermute ich leider. Also wenn es gerade nicht so eine Extrem-Gangs gibt, spielen auf den Lanes aber alle sehr, sehr vorsichtig, muss ich sagen. Oli farmt hier weiter. Die schönen Jungle-Camps weg. Mal sehen, wo er als nächstes runterrennen wird. Wo er als nächstes reinsprintet. Bisher muss ich sagen, hat das Gameplay auch eine recht hohe Qualität. Also ich sehe jetzt nicht so viele Sachen, die passieren, die einfach straight up sinnfrei sind. Von daher bist du vielleicht den AP-Item-Sell erst fraglich. Oh, hier passiert was. Da passiert definitiv was. Der Charme landet aber leider ein bisschen zu spät. Ultet raus. Kommt rechtzeitig in Sicherheit. Generell gutes Risk-Management-Emprofonari. Was soll man sagen? Boah, die Botlane ist halt so oppressive jetzt, ne? Paolo und Katazuri können hier leider schon fast gar nichts mehr machen. Egal, wie sie sich jetzt hier irgendwie in den Fight stürzen. Sie werden vermutlich einfach nur hops genommen. Da wird was gecleared. Die werden auch weggesteecht da unten. Der Tower wird nach und nach fallen. Selbst wenn sie da jetzt reingehen, haben sie halt nicht wirklich eine Chance, weil Rell das Meister einfach sterben kann. Auch geht jetzt der Herald anscheinend an Team Overstay Gaming. Man kann nicht wirklich was dagegen machen, weil die drei einfach deutlich zu viel Damage haben momentan. Was man hier jetzt auf der Stream-Team-Seite machen müsste, wäre natürlich, irgendwie mal ein paar Picks zu kriegen, ja? Irgendwann durchzurollen, einfach mal so ein Pick so, bup. Das wäre großartig. Das bräuchte man jetzt hier. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, Top-Lane, Lachsmann und Jadrobert, die haben hier wirklich, die haben so far das entspannteste Gameplay. Ich frage mich, der Aphelios ist wirklich cocky gerade, ne? Wie weit der vorsteppt. Ich glaube, wenn man den zu nah unter dem Power-Eimer vollkommen wird, könnte man den töten. Die Frage ist, ob Paul Skillshots trifft. Ich kenne Paul im League-Kontext nicht so gut, deswegen weiß ich nicht, ob er Skillshots treffen kann generell. Oh, das ist ein sehr guter Call. Das ist ein sehr guter Call. Die Rell ist nämlich gerade nicht da, die ist am Barreliff. Und der ist exhausted. Das ist guter Damage. Los, Paul, baller drauf. Hol den Shutdown, der ist drauf. Und ein Kill direkt auf dem S2 gelandet. Richtig schlechtes Play von Overstay Gaming. An der Stelle die Rell zum Drake zu schicken und deckt, dass Aphelios da nicht overextendet. Genauso gehört sich das. Das ist wichtiges Gold für das Stream-Thema an der Stelle. Hier kommt auch ein Schneeball in der Mitte. Ist das etwa der nächste Kill an der Stelle? Da kommt leider auch Amumu dazu. Da muss man jetzt raus. Du wirst leider in den Tower gehuckt. Und oh, das ist so viel Damage. Ripp, Oli, du hast es versucht. Gold sieht sehr einseitig immer noch aus. Aphelios ist immer noch 2000 Gold vorne. Das ist brutal. Aber das wäre brutal, wenn wir hier irgendwie in der LEC wären. Sind wir aber nicht. Sind wir nicht. No, no, no. Oh, oh, Paul. Oh, Paul wollte da vielleicht etwas vieles reingeheht. Muss ich jetzt hier irgendwie... Oh, oh, aber actually ist nicht... Paul war der Bait. Jetzt sind hier Oli und Katazuri drauf. Und jetzt muss sie den töten. Das ist jetzt das Problem mit dem Nuno-Nage. Nuno hat aber Uld. Der wird draufgeballert. Und bam! Kill für Oli. Voidless, erneut, overstate. Jetzt kommt die Akali in die Mitte. Versucht, die mit dem Fernsehplan hinterher zu connecten. Wird aber einfach straight up ignoriert. Und Katzi kommt raus. Katzi, kein... Doch, Uld, fast wieder zur Verfügung. Kann man hier vielleicht was fighten? Kann man hier was fighten? Botlane ist safe. Hier passiert noch ein bisschen was. Akali rennt hier noch dem Melfat hinterher. Nee, nee. Ja, das kannst du gerne machen. Aber du wirst ihn halt nicht töten. So egal, was du machst. Oh, wait. Actually, du machst guten Damage. Heilige Scheiße. Da geht wieder... Oh, mein... Okay, weiß ich nicht, Oli. Bin ich ehrlich? Weiß ich nicht, ob der Engages unbedingt war. Oh, das ist eine Menge Gold. Den müsst ihr jetzt Norman hier kriegt. Wenn der womöglich sogar auf Katta landet. Leider nicht. Der kommt raus. Oh, das war so viel Gold. Das ist auf dem Licht. Schade. Also, Oli ist bisher die Inkonstante im Stream-Team auf jeden Fall. Der hat echt gute Roams. Aber er spielt halt irgendwie Nuno und stirbt am Ende manchmal. Das ist interessant. Mal sehen, ob er das noch fixt. Oder ob er dabei bleibt. Wir werden ihn da auf jeden Fall auch nach dem Match einmal kurz interviewen diesbezüglich. Dass Katazuri nicht Katarina spielt, verwirrt dich. Ja, Katarina Support bekanntermaßen auch einer der stärksten Picks, den es so gibt. Ja, der Junge hat Mercs und Abyssal Mask gerusht. Was sollst du hier machen an der Stelle? Oh, oh, das war alles ein Bait. Das war alles ein Bait. Man versucht hier einen Kill zu holen, aber es ist nicht genug. Damage da leider an der Stelle. Katarina muss schon wieder defensiv ulten. Das sah so gut aus mit Malfight, der im Busch saß da. Einfach der Bait. Aber leider war der Damage dann doch direkt ein bisschen zu hoch. Oh, jetzt sehen wir hier ein bisschen Swap-Areno-Action. Tatsächlich ist jetzt die Bot-Lane auf die Top-Lane und Akali auf die Bot-Lane, weil sie halt den Ton gekriegt haben. Aber das Stream-Team holt ein wichtiges Objective-Bounty. Oh nein, Paul. Oh nein, Paul rettet zwei Gegner rein. Und Akali schafft es allen Ernstes, das zu verkacken. Nein, schafft sie nicht. Holt den Kill am Ende sehr langsam, aber mit Sicherheit. Jetzt sind hier aber drei vom Stream-Team gegen auch drei vom Team. Oli muss rausflaschen. Katazuri muss wieder rennen. Wird wahrscheinlich am Ende abgeholt. Das ist wirklich der Punching-Bag. Wann immer jemand rauskommt, bleibt Katazuri einfach drin und ist so, ja, okay, komm, nimm mich, nimm mich. Ich ist okay, ich bin das Freegold. Zweiter Drache, dritter Drache geht tatsächlich jetzt hier ins Blau-Team. Oh, das ist es. Genau das muss man machen. Wenn er ihn jetzt angreift... Ah, aber der Turm stirbt direkt danach. Wie unlucky. Mit dem Turm-Damage wäre das machbar gewesen, aber ohne den ist Aphelios einfach ein bisschen zu gefeedet. Guter Gedanke. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, aber Turm ist ein bisschen zu schnell gestorben. Oh, eine weitere Oli-Aktion. Die Frage ist, wird es diesmal eine gute Oli-Aktion? Absolut nicht. Baum gewinnt gegen Oli. Baum einfach größer. Warum sind das... Wann sind das eigentlich Bäume da? Waren das nicht immer Steine früher? Waren das nicht so Wände? Keine Ahnung, fällt mir erstmal auf der Zuschauer-Perspektive das erste Mal auf irgendwie. So, Paul. Oh, ich habe ihn schon sterben sehen. Ich habe ihn sterben sehen, aber Kikio wieder huckt einfach komplett in Minion rein. Jetzt ist es time to shine für Kadi. Jetzt muss von Ari hier etwas kommen. Oh, und Oli geht für den Roam und wird direkt gehuckt. Und da interruptet er den Hook aber sort of mit seinem Schneeball. Und jetzt bädet er sie mit der Ultimate hier rein. Ist das das Play? Hier direkt der Charm drauf auf dem Nauti. Los, man fliegt in die Backline. Das ist guter Damage. Und wer ist nicht da? Aphelios, Aphelios ist jetzt in der Backline. Kann man hier den Damage raushauen? Hat man den Damage noch irgendjemanden zu töten? Irgendwie nicht. Es fehlt der Damage. Paul. Und Kadi müssen es hier machen. Aber es stirbt einfach niemand. Rail wird abgeholt. Aber dann wird das Dream Team geacet. Da fehlt einfach ein bisschen Damage. Aphelios ist aber erst im Fight nicht dabei. Aber es reichte leider trotzdem. Ja, und das wird jetzt vermutlich in einem Baron für Team Overstay Gaming enden. So, jetzt ist die Frage. Paul hat keine Ulti. Ah, das wäre so witzig. Imagine Paul jetzt spawnen. Ulti und einfach Baron-Steel. Das wäre das Play des Jahrhunderts. Was macht Voidlis da? Der guckt einfach zu. Fühlt sich an wie Golders Iron. Und das ist das, das ist der Zauber von Teamplay. Also tatsächlich, alle Community-Teams sitzen seit Tagen im Discord zusammen, bereiten sich vor, haben Coms zusammengebaut, haben Tierlisten für sich gebaut, was sie wann, wo wir spielen. Und sie reden miteinander. Das ist das, was in Solo-Q einfach fehlt. Der Mitte-Tier 2 soll jetzt hier als nächstes leiden. Und es fällt dem Team Team so schwierig, hier irgendwas dagegen zu machen. Mit Lane-Turm. Gestorben. Paul, auch fast gestorben. Oh, ein schöner Charme hier auf der Akali. Das ist großartig. Bei der Ulti weiß ich nicht so, Kata. Ja, die war spannend. Oh, Paul, überlebt das mit hier ganz knapp, Alter. Was macht Voidlis hier für Dinge? Der Junge macht so viel Damage, das ist insane. Aber sie machen weiter. Sie kennen nichts. Es wird weiter gesieged. Den Hook auf der Leona. Das könnte eine ziemlich schlechte Entscheidung sein. Kikyo hier direkt unter Druck. Jetzt kommt hier aber tatsächlich der Mummold rein. Unfassbar viel Damage von der Mummold. Der Tower steht aber. Der Tower steht immer noch. Sie können ihn nicht mehr machen. Oh, was ist der Gaming? Am Overstay und ein bisschen low. Aber das hat man tatsächlich jetzt auch direkt gemerkt und zieht sich zurück. Aber Mummold bleibt noch da aus irgendeinem Grund. Guter Charm. Da jetzt voll ab C10 drauf, wäre natürlich das Play. Und jetzt wird es zu Toplane rotiert. Mhm. Smartes Play. Smartes Play. Oh, da kommt der Schneeball. Wird der Schneeball landen. Das ist eine schöne Engage-Ulti hier vom Lachsmann. Gute Ulti oben drauf. Der Fokus ist aber nicht auf Aphelios. Auf allem außer auf Aphelios. Und oh mein Gott. Was war das? Excuse me. Wo war, also, das war viel Damage, my friends. Also ich meine, klar, dieses Team ist unfassbar ahead. Aber, god damn. So viel Damage habe ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. KDL Voidless fährt hier übrigens gerade das Aphelios-Game seines Lebens. Oh. Oh. Oh, schade. In der normalen Solo-Q sitzt er auf 42% Winrate auf 90 Games. Aber es ist immer noch nicht over. Es ist immer noch nicht over. Aber in Team-Fights wird das Stream-Team hier fürchte ich, ne, kein Land mehr sehen. An der Stelle sind Picks das einzig wahre wirklich. Jungle wird genommen. Kein Farm bleibt mehr übrig. Stream-Team darf nichts mehr behalten. Ja, und jetzt geht's down. Jetzt gleitet die Base einfach an allen Ecken und Enden. Inhip 1, Inhip 2. Auch der dritte direkt unter Beschuss. Gute Ulti. Die Frage ist, kann man jetzt irgendwie den Aphelios rausnehmen? Aphelios ist tatsächlich im Fokus. Gut, dann schauen wir mal, Aphelios ist tot. Guter Shutdown. Das Problem ist, der Rest des Teams ist auch noch da. Kann Kadi jetzt hier irgendwie den Unterschied machen. Dash noch mal raus. Dash in den Fountain in Sicherheit. Wird aber jetzt noch mal was abkriegen hier. Da ist wieder ein Shutdown. Kadi, die Ulti, die ist ein Kill. Ist das hier, die... Kann man's hier verteidigen? Aus dem Fountain unwahrscheinlich. Es ist einfach schwer gegen so viele Minions und noch drei gegen den nächsten Charmsitz. Kadi ist der Leistungsträger in diesem Team. Eindeutig, zwei Ultis fängt sie sich und trotzdem noch am Leben. Es ist aber einfach schwierig, hier noch etwas großartig zu machen. Da ist der nächste Tod, weil es wieder in Fountain gecharpt wird. Aber die Minions, sie gewinnen das Game für das Team Overstay Gaming. GG. Also, man kann hier zwar argumentieren, dass wir hier über einseitige Verhältnisse geredet haben. Aber ehrlich gesagt hatte dieser Aphelios immer das Game seines Lebens. Und das war einfach bis zum Ende ein spannendes Ding. Ein super, super spannendes Ding. Es war damage-technisch ein bisschen lastig Richtung Team Overstay Gaming. Das kann man durchaus argumentieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Warte mal, wir gehen hier mal ganz kurz rüber in vielleicht eine kurze Interviewphase. Ja. Freunde. Hallo. Ja. Hi. Hi. Das waren ein paar spannende Plays, Alter. Also, auch innerhalb des Teams. Ambivalent unterwegs. Ja. Die Not macht erfinderisch, ne? Kannst du uns deinen Play erläutern, wo du Minute 10 beschlossen hast, dass Api Nunu es doch nicht ist? Ja. Pass auf, kann ich dir erläutern. Ich wollte eigentlich gar nicht Nulu spielen. Ja. Aber das gegnerische Team hat halt vorab die Hausaufgaben gemacht und geguckt, wen wir spielen. Und hat natürlich auch direkt alles weggebannt, was wir spielen. Schade, den Vorteil hatten wir natürlich auf unserer Seite leider nicht gucken zu können. Aber dementsprechend, glaube ich, wurde dieses Match gerade in der Pick-und-Bann-Phase entschieden. Hm, okay. Ja, nee, okay. Das ist ein fair point. Dass ihr da, also, ich hätte euch die Teamnamen vielleicht nochmal geben sollen, ne? Das wäre super. Oder ihr hattet sie in der Gruppenphase zumindest gehabt, hättet. Also für die nächste Runde kriegen wir das hin. Aber wir sind dann, auf der anderen Seite, wir sind ja auch Streamer. Das bedeutet ja, wir sind ja automatisch auch besser. Dann ist das vielleicht auch einfach der Vorteil, den die anderen Leute brauchen. Ja, okay. Moment, ich dachte, als Streamer ist man immer automatisch schlechter. Nein, Paul. Nein. Noch nicht bei Dr. Freud, ich bitte auch. Also tatsächlich. Der Game-Nichter macht auch einen Unterschied. Um dir deine Frage zu beantworten. Ich habe erst geguckt, was der Chat schreibt. Weil ich hatte meine Item-Page, ich hatte eigentlich eine für meinen Second-Pick vorbereitet. Die war aber weg. Die ist einfach weg gewesen. Dann dachte ich so, fuck, was baue ich denn jetzt? Entschuldigung. Ich habe geswildet. Das ist in Ordnung. Und dann sagte der Chat, ja, mach AP. Und dann bin ich aber zwischenzeitlich noch auf eine Seite und habe geguckt. Und dann habe ich gesagt, so, okay, da steht gar nichts mit AP. Die treuen mich hart. Und dann habe ich halt umgebaut. So kam das zustande. Habt ihr das gehört? Der Chat ist schuld. Der ist immer schuld. Deine Ansage am Ende fand ich auch wichtig. Also es stimmt auch, weil du gesagt hast, die Minions machen das Game. Es waren die Minions. Also deren Minions waren einfach irgendwie stärker. Unsere waren schwach. Ja, ist so. Ja, 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 ja. Ja, ist hart. Ist hart gewesen. Aber, aber, Cardi, du warst ja absolut das Escape-Monster da auf der Mitte. Ja, Mann. Dass du alles entkommen bist, ey. Cardi hat auch eine positive KDR. Ja, das stimmt. Aber es ist eigentlich kein gutes Zeichen für mein Team, wenn ich die Beste im Team bin. Das ist dann, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Das war gut, Cardi. Das habe ich mal überhört. Okay, ich lasse euch. Wir werden jetzt ein anderes Spiel haben. Und danach seid ihr im Spiel und Platz drei dran, ne? Achso, das heißt, wir sind jetzt schon, wir haben jetzt Pause. Ihr könnt ein Game trainieren, Paul. Ja, wir können trainieren. Oder wollen wir Adam spielen? Ja, ich sehe uns bei einem Aram. Oh, ich sehe uns bei einem Aram. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, aber sowas, Paul. Danke, oh, Paul. Ja, ach, wundervoll. Welche Gewinne gibt es für Platz drei? Ähm, 75.000 Subs von Maihoff. 75.000, 300.000 Sub-Gifts tatsächlich.